Hallo Leute lag. Herzlich willkommen zurück zu Tech Town. Heute sind wir hier, wie wir hier sind, so. Mal wieder so. Ja so quasi. Ich muss mir mal die Extractor Modul holen. Ich habe hier schon zwei Diamond Gears gecraftet. Und jetzt hole ich mir noch ein Glas. Weißt du eigentlich was du tun sollst oder hast du lange geweiht? Ich baue mir jetzt eine Powerhouse, glaube ich. Da meine alte ja weg ist. Wie kommt das nur? Ich weiß es nicht. So ein Zufall aber auch. Electronic Circuit. Dann mache ich da lieber. Okay. Dann ist der Send and Received. Dann kommen die Items hier unten lang und gehen hier oben. Eieren. 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 Erstmal ein Steck. Eieren. Erstmal ein Steck. Eieren. Erstmal ein Steck. Eieren. Erstmal ein Stecken. Aha. 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 Der war schon gut, finde ich jetzt. Der, der war echt. Äh. Nein ich wollte nicht zwei Stecken. Ach der geht doch. So der hat es. Hier kommt Kobbelstone rein. Kobbelstone. Läuft. 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 Läuft digger. Läuft bei mir. Alter das läuft ja richtig. So jetzt brauche ich noch. Woran reden wir? Äh. Der Filler füllt sich mit Kobbelstone. Ohohohoho. Wohohoho. Übertreibt mal nicht. Übertreibt mal. Ohne Scheiß guckst du dir an oben. Jung. Joonge. Sag ich da. Ich crafte gar meine Wurstung. Ähm. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte jetzt Brick. Da brauche ich doch Brick für. Was zur Helle. Achso. Ich habe gedacht das wäre Ninjaschen. Brick und Glas. Ich mag einfach Take It, habe ich dir schon gesagt? Ja. Das mag es einfach. Liebe Take It. Warum, was tut das mit dir? Harsch mich. Das tut irgendwie jedes Spiel, habe ich das Gefühl. Nein, nur Take It und Eta. Minecraft Normal Vanilla Markman. Ja. Und apropos, du musst mir gleich den Shader noch geben. Den wollte ich dir eigentlich schon vorher schicken, ne? Okay, jetzt rein. Okay, was brauche ich denn auf meinen Füßen? Füllt der jetzt oder füllt der nicht? Hallo? Auf deinen Füßen. Ich muss gleich selbst mal nachgucken. Ich habe das nicht mehr im Kopf so. Was ist los, Alter? Denn dann... Erdbeerkäse. Was braucht denn der für... Der braucht schon... Der füllt doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Guck mal, ich kann dir ein bisschen helfen. Ja, die Frage ist einfach, wieso füllt er nicht? Aber das Problem hatte ich irgendwie schon mal. Wieso... Wieso... Wieso füllt er nicht? Was war das gerade? Keine Ahnung. Mich helft dir mal. Der Helle. Was denn? Was machst du da, frage ich mich her? Ja, ich versuche hier was. Was nicht funktioniert. Warum auch? Mein, 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 Kopf. Nein. Jetzt habe ich zwei. Hä? Jetzt habe ich deinen Kopf hier, da. Jetzt habe ich drei Köpfe. Was zur Hölle? Ich habe keine Füße. Das packt nur rum. Ah, jetzt. Oh, wollt ihr mich nicht total verarschen? So. What the fuck? Hallo? Was ist denn das für ein... Scheiße. Bilder. Place nothing where a template is required with... Okay. Okay. Ähm, ja. Das ist doch... Das ist jetzt sch... Gay. Da muss ich mir dann eventuell mal... Ein... Ähm... Ja, ein Video anschauen. Hallo? Wieder da. Hallo? Da muss ich mir dann vielleicht mal ein Video anschauen, warum das hier jetzt nicht funktionieren tut. Weil erklären kann ich es mir... Achso. Da müsste ich mir vielleicht... Ich müsste vielleicht mal Strom drauf geben. Ja. Ja. Würde ich mal machen. Nee. Passiert jetzt was? Also es passiert immer noch nichts. Ich... Ich raff das nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Es ist doch verbunden. Es ist doch verbunden. Hallo? Ja, es ist verbunden. Receive only. Sorry. Äh. Ah. Jetzt tut er was. Aber irgendwie nur... Das, was ich jetzt nicht unbedingt will. Moment mal. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt cleart er aber auch nichts. Jetzt cleart er nichts. Das ist doch... Stupid. Flatten. Sorry, dass das gerade ein bisschen langweilig ist. Ähm. Aber was... What... What's done must be done. Ne? Will ich mal so sagen. Das ist irgendwie... Echt strange. So würde er ja... Irgendwas auffüllen. Aber eigentlich... Das ist komplett falsche. Ja. Das ist komplett falsche. Ja, so ist es. Wie lange haben wir denn? Ich müsste das mal eben kurz wissen. Weil wir... Weil ich eben noch was... Äh. Ja, dann würde ich sagen. Machst du eben den Rast alleine. Warum? Ich muss mal weg. Ach so. Was wichtig ist der Rating. Für die Zukunft. Okay. Ja. Dann verabschiede ich mich schon mal. Tschüss. Ähm. Okay. Geil. Ich weiß momentan nicht, was ich sagen soll. Es geht momentan irgendwie alles schief. Ähm. Ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert. Und... Ähm. Das dürfte so funktionieren. Wenn ich hier dann den Filler hinstelle. Hier die erste Landmark. Nützt halt die Schaufel. So. Wenn wir mal hier die erste Landmark hinstellen. Dann hier rüber gehen. Und dann es laggt. Warum auch immer. Dann den Scheiß hier abbauen. Ähm. Ja. Das ist irgendwie grad... Dämlich. Okay. Aber wir müssen ja noch... Noch einen weiter weg, ne? Ähm. Wir müssen hier einen weiter raus. Und hier einen weiter raus. Alter. Das ist schon beschissen so ein bisschen. So. Den hat er. Müssen wir jetzt hier rüber. Hier runter. So. Und... Hier muss... Warte mal. Ich muss ja ins der Landmark hin. Hier ist das. Hier müssen wir noch... Einen runter. Aber ich hab keinen... Ah, okay. Machen wir uns mit Cobblestone. Machen wir uns mit Cobblestone. Ähm. Das... Oh, das ist... Das kotzt einen so an hier. Mit dem ganzen Scheiß Wasser. Oh. Hätten wir denn niemals auf dem Wasser gebaut. Wer ist denn so dämlich und baut auf dem Wasser? Ganz ehrlich. So. Jetzt haben wir es. Ähm. Jetzt geht hier unten dieser Strahl lang. Und hier können wir den Filler anschließen. Das dürfte ja theoretisch... Funktionieren. Und... Gehen wir hier lang. Und hier lang. Zack. Und zack. Public. Resend and receive. 130. Hier kommt wieder Cobblestone rein. Hier können wir den ganzen Cobblestone mal reintun. Und dann machen wir hier... Machen wir einfach mal so. Ach so. Der... Die Energie muss natürlich noch... Drangeschlossen werden. Zack. So. Jetzt... Baut er etwas. Er baut etwas. Bin ich mal gespannt. Was das jetzt so wird. Ob er jetzt nur die erste Schicht baut oder... Also... Das wäre bescheuert, wenn er nur die erste Schicht baut. Das wäre echt bescheuert. Aber gut. Wir warten mal ab. In dieser Zeit können wir... Mh... Was können wir denn mal machen? Wie viele Minuten haben wir denn noch? Wir haben noch zwölf Minuten jetzt. Das heißt, wir können hier zum Beispiel mal den Cobblestone austauschen. So. Hier noch ein bisschen was raustun. Ähm... Ich will ja eigentlich noch so viel machen. Das ist auch noch so viel zu tun. Wie zum Beispiel auch... Mh... Können wir den Turm hier noch abreißen. Weil... Der stört eigentlich auch hier nur. Das kann man zum Beispiel mal machen. Solche kleinen Dinge kann man jetzt machen. Wenn es jetzt mal nicht da ist, weil... Das ist eigentlich nicht so spannend. Und... Joa... Machen wir das doch gerade mal hier noch. Reißen wir jetzt einfach noch den Turmweg in der Folge. Und würde ich sagen... Machen wir dann auch das Folgenende. Und... Joa... Machen wir so. Hier können wir noch ein bisschen Lava dann machen. Äh... Hier können wir dann Lava im Prinzip aus Leder pumpen. Falls wir mal Lava irgendwie... Brauchen sollten. Machen wir mal irgendwann. Haben wir den... Äh... Ist denn nur ein Generator? Baue ich die so ab? Ja, ich... Ich baue sie mit der... Äh... Wrench ab. Electric Wrench. So. Haben wir Lostless Mode? Ja. Ist ja egal. Mit der Rüstung lädt sich der wieder auf. Das ist ja... Alles kein Problem. So. Eine. Und da. Und da. Kann man die Dinger nicht auch so abbauen? Das geht ja so ziemlich schnell. So. Wups. Bitte hoch. Manchmal ist das Jetpack so schnell. Das kann man nicht richtig kontrollieren. Unstoppable. So. Wupp. Ist das ein Hühnchen da unten? Ach ne. Ist nur ein paar Seiten. Ups. Mh. 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 Von diesen Redstone Energy Dingern will ich auch nochmal ein paar mehr herstellen. Das mach ich vielleicht gleich auch mal. Von diesen Redstone Energy Conduit. Weil die sind echt geil zum Transport von Energie. Habe ich jetzt halt mittlerweile rausgefunden. Viel viel besser als die Pipes. Ich glaube die nehmen sogar mehr Energie mit. Und das kann gut sein. Das weiß ich aber nicht ganz genau. So. Machen wir hier. Oben weg. Zack. Und machen wir hier weg. Na komm her. Immer diese Jetpacks hoch. Ach. Hier geht es ja noch aktiv runter. Dann müssen wir dann. Hier unten müssen wir dann auch irgendwie mal auf. Wenn ich das mit dem Filler rausgefunden habe. Wie das funktioniert. Dann. Ich schau mir gleich nochmal ein Tutorial oder so an. Und dann können wir das dann in der nächsten Folge mal umsetzen. Das mit dem Auffüllen. Weil ich will jetzt wirklich bis zum Bedrock runter mit Cobblestone Auffüllen. Und oben mach ich dann vielleicht ein, zwei Schichten Erde oder so. Das wäre ziemlich cool. Da muss ich dann nochmal gucken. Vielleicht mach ich das dann offscreen. Dass ich den einstelle und ich erklär es dann halt in der nächsten Folge. Da muss ich dann mal schauen. Wie wir das machen. Ich will jetzt halt nicht so stundenlang hier irgendwie nerven. Naja vor allen Dingen. Wenn ich dann vom Server bin. Kann der Filler das dann auffüllen. Und da muss ich dann nicht hier ewig zugucken. Wie er den Cobblestone erst produzieren muss. Weil es dauert ja auch alles eine Weile. Wie ihr seht. Ihr seht das jetzt noch nicht fertig mit der ersten Schicht. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier. Also fünf Minuten sind wir jetzt schon wieder dabei. Naja. Das wäre cool wenn er das dann macht. Ja er macht ja im Prinzip nur so. Er füllt das ja nur auf. Und wenn er dann fertig ist bleibt er hier oben stehen. Da ist ja nichts Spannendes dran. Wenn ich das dann rausgefunden habe wie gesagt. Mache ich das dann vielleicht noch. Stelle ich das dann ein. Und zeige es euch dann in der nächsten Folge. Wie man das einstellt. Falls euch das auch interessiert. Weil es scheint ja nicht allzu einfach zu sein irgendwie. Vielleicht mache ich auch irgendwie nur einen Denkfehler. Weil ich habe das glaube ich sogar schon mal gemacht. So ein Filler bedient. Und naja. Ich habe es auch gesehen wie es. Das ist so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Also naja. Jedenfalls sage ich zu viel naja. Bau zu wenig. Nein. Rede zu viel. Nein. Äh. Müsste eigentlich die Folge wenden. Sag auch zu viel ö. Und m. Und okay. Und lass mal so. Und ich rede zu viel Scheiß. Das ist auch ein Problem. Ah. Okay. So. Seht ihr da war wieder unokay. Man muss aufpassen was man sagt. So. Komm schon Turm. Turm. Geh. Die Mauer muss weg. Antons Turmhaus bauen wir dann auch irgendwann ab. Anton wird auch wieder mit dazukommen ins Projekt. Dauert aber halt alles seine Zeit. Muss man halt schauen. Wie man das macht. So. Ups. Muss halt von der Zeit her auch bei allen stimmen. Weil wenn man wirklich zu dritt aufnimmt. Da muss das dann halt schon ein bisschen passen. Wobei ich ja zum Beispiel jetzt mit Adrian. Äh. Tech Town aufnehme. Ach Quatsch. Tech Town. Ich vergesse das immer. Mann. Eta to Geta aufnehme. Und das tut es auch wieder dabei. Und ähm. Ja. Das passt eigentlich auch ganz gut. So. Wir kommen da auch ganz gut voran. Besser als hier würde ich sogar sagen. Das ist schon erschreckend irgendwie. Da haben wir zumindest ein schöneres Haus. Aber naja. So. Jetzt hole ich noch ein bisschen Erde. Klatsche das hier noch rein. Und dann machen wir gleich die Folge zu Ende. Schon mal der hässliche Turm weg. Und ähm. Ja. In der nächsten Folge mache ich dann auch noch. Zeige ich dann auch noch. Wie man automatisch Erde herstellt. Ähm. Das. Aus Jujumeter. Das müssten wir nämlich auch noch machen. Falls wir dann wirklich irgendwann mal massiv Erde brauchen. Wir haben zwar jetzt. 100.000. Glaube ich. Oh Gott. Und jetzt spawnen hier natürlich wieder Monster. Weil sie hier überall nicht spawnen können. Naja. Da müssen wir hier mal ein bisschen ausschlachten. Da müssen wir noch ein paar Fackeln holen jetzt. Das muss auch sein. Äh. Hallo. Bitte. Fackeln. So. Missing 15. Ach. Wir haben ja gar keine Kohle mehr. Dann müssen wir Jujumeter holen. Ich muss mal. Bevor ich hier Kohle Craft ins System lege. Wir haben alles zu Kohle Dust verarbeitet. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee. Ähm. Warte mal. Die dürften hier im Messerator mit drin sein. Genau. Hier muss die Kohle raus. Und. By the way. Liegt hier eigentlich Silber um? Ja. Silber liegt mit drin. Aber irgendwie wird es nicht geschmolzen. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie auch ein Fehler. Muss vielleicht nochmal die Extractor im K2 Module mit dran machen hier. Muss kein anderer machen. Ach Mensch. Wir haben so viel zu tun. So. 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 So macht man Kohle. Genau. Legen wir hier mal 2,6 Kohle rein. Den Borsai. Den brauchen wir nicht mehr. Das Elektrum. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Die Dinger brauchen wir auch nicht mehr. Eigentlich wollte ich die Erde mitnehmen. Nehmen wir nochmal ein bisschen Erde mit. Und ein paar Fackeln. So. Das ging schnell jetzt. Das ging sehr schnell. So. Fackeln. For the win. Und hier muss jetzt überall ausgeleuchtet werden. Ich arbeite hier mit F7. Damit die Fläche hier nicht. Damit die Fläche nicht spawnen kann. Ach du Scheiße. Äh. Ja. Ach Scheiße. Aber Mob Griefing ist nicht so schlimm hier. Wir müssen echt ausleuchten. Damit hier nichts spawnen kann. So. So. Huch. Jetzt bin ich runtergefallen. Ähm. Überzähl mal jetzt die Folge noch ein bisschen. Aber das wäre mir schon eine Herzensangelegenheit. Dass hier nichts hochfliegt. Beispielsweise. So. Halt. Na. So. Weg. Ich muss wieder runterkommen hier. Zack. Zack. Ah. Jetzt wurde es gerade Tag. Scheiße. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ach ne. Warte mal. Das wird ja auch angezeigt. Das wird ja tagsüber angezeigt. Okay. Nehmst du noch auf? Ja ich nehme noch auf. Hallo. Hallo. Ich leuchte gerade noch die Fläche aus. Die ich gerade gemacht habe. Äh. Dann ist die Folge auch schon zu Ende. Und du bist. Ach okay. Ist einfach. Äh. Einfach. Oh mein Gott. Es ist. Es geht um Leben und Tod. Das kann ich gerade nichts für. Doch. Ähm. Hättest du deine Oma damals schon ausnehmen können. Was? Was? Hier spawnt nichts mehr. Dann würde ich sagen wir beenden jetzt die Folge. Ähm. Hier spawnt noch was. Hier ist nicht ausgeleuchtet. So. Den Turm habe ich auch abgerissen. Und die Fläche habe ich gemacht. Aber irgendwie muss ich mir noch ein YouTube Tutorial anschauen. Wie dieser Filler wirklich funktioniert. Weil er ist scheiße. Naja. Das würde ich dir auch raten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Leute. Und da ist es vielleicht ein bisschen wieder aktiver dabei. So. Dann bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss.